Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder Trash. Heute geht es nochmal um Promi BB, um Leila, die gegen Kim Virginia, aber auch gegen einige Kandidaten von Promi BB nochmal so ein bisschen raushaut und Fragen beantwortet. Und ich denke, da kommt noch einiges auf euch zu, also wenn euch das interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wir werden hier immer mehr täglich und ich freue mich für euch hier drüber zu berichten, über sämtlichen Gossip, der so drumherum passiert, um die Shows und auch über den Gossip in den Shows. Also wenn euch das mit Promi BB interessiert oder auch dem Sommerhaus und Co. seid ihr hier genau richtig. Aber gehen wir jetzt hier in die Fragerunde direkt rein und danke auch an Trashformiert, ihr könnt ja auch gerne ein Follower lassen, ist eine Gossip Seite, mit der ich auch zusammenarbeite und mich auch immer mal austausche, ist unten für euch verlinkt. Und da habe ich jetzt hier mal den Screenshot gemobst und mit wem hast du nach Promi BB dann Kontakt? Und da hat sie einen schon so ein bisschen verlauten lassen, dass anscheinend, dass sich das schon mit allen erledigt hat und ich kann sie da auch verstehen und warum, werde ich gleich erklären, aber ich trage erstmal vor. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe schon bei drei, vier Leuten gedacht, man könnte danach noch Kontakt haben, aber nach dem, was ich jetzt alles mitbekommen habe, im Nachhinein hat sich das glaube ich erledigt. Und was könnte sie damit gemeint haben, ja vielleicht eine, die Lara, die ich gestern berichtet habe, die, ja sagen wir mal so, auch so eine Person ist, die anscheinend ganz gerne mal, ja, wie soll man ein freundliches ausdrücken, so ein bisschen rumwettert. Von wegen, das sei ja alle schon vorher klar gewesen, wer gewinnt und sie wusste das schon seit Wochen, genauso wie eine Kim Virginia auch. Wo ich sagen muss, man muss man jetzt nicht Nostradamus gewesen sein, um zu sagen, ja, Layla wird wahrscheinlich gewinnen. Sie hatte die meisten Follower mit in dem Format und in so einem Dschungelcamp schon mal zweite geworden und gilt grundsätzlich als eher beliebt. Und dann war es eigentlich relativ klar, wenn man sich die letzten Jahre mal anguckt, wer da so alles gewonnen hat. Ja, nee, jedes Gottsch hat da mal gewonnen, ja, wo ich mich heute noch frage, wie das sein kann. Aber, ja, also ist das jetzt eine krasse Siegerin gewesen, die fand ich auch immer schnarchend langweilig, ja. Aber gut, bei Layla fand ich zumindest sie mit Mike da eigentlich ganz sympathisch, die hatten es ja auch nicht ganz so einfach, muss man ja auch ganz offen sagen. Und grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass das Ganze dort, ja, auch verständlich ist, wie sie sich dort ausdrückt, ja. Und jetzt kommen wir, Trommelwirbel, jetzt wird es spannend, zu einem doch recht deutlichen Seitenhieb in Richtung Kim Virginia. Und das ist mir immer eine große Freude. Ich bin ja, wenn ihr das letzte Video schon gesehen habt, heute Morgen kein großer Kim Virginia Fan. Und jetzt hat Layla nochmal richtig rausposaunt, empfindest du es also als amüsant, wenn man übers Abtreiben spricht. Und, ja, da hatte ja Kim Virginia in ihren Reels da drüber gesprochen, ja, von wegen Abtreibung, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Wie gesagt, ich glaube dir persönlich gar nichts mehr, das ist jetzt nur meine Meinung, aber wenn das jetzt so sein sollte, das in einem Reel dann rauszuposaunen, ist irgendwie auch ein komischer und schlechter Stil. Aber sei es drum, habe ich das so von Layla nicht vernommen, denn sie hat was von Märchenstunde, ist im letzten Video mit drin gesprochen, dass sie das recht amüsant findet. Aber ihr seht, wie die Leute dann reagieren, ja. Auf keinen Fall, wenn das so rüberkam, tut es mir leid, musste sich gar nicht entschuldigen, aber ist trotzdem korrekt, dass sie das da macht, wenn das jetzt für manche dann so empfunden wurde. Ich finde es einfach amüsant zu sehen, wie man so auf Krampf versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen und sich solche Märchen aus der Nase zieht. Und das ist schon ein deutliches Signal auch, dass sie das überhaupt nicht glaubt, beziehungsweise auch in Frage stellt, was die Kim Virginia da treibt. Und ich habe euch die ganze Zeit immer gesagt, die Kim Virginia hat faustdick hinter den Ohren und versucht auf Biegen und Brechen irgendwie im Gespräch zu bleiben, auch wenn ich sie persönlich für null spannend finde und auch bezweifle, dass die 600.000 Follower alle echt sind. Wir wissen alle, dass sie ihre ganze Munition im Dschungel schon verschossen hat, was Mike betrifft. Genau, dann hätte sie eigentlich damals das schon rausgehauen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das nicht damals dann schon rausposaunend hätte, wenn das jetzt so der Fall gewesen wäre. Und sie hat das ja dann so gerechtfertigt, ja, ich war ja an 1000 Schoß und ich konnte ja gar nicht atmen, ja. Also so ein Blödsinn, ja. Aber gut, dann geht es hier weiter. Wir wissen alle, dass sie ihre ganze Munition im Dschungel schon verschossen hat, was Mike betrifft. Also wollt ihr mir wirklich erzählen, dass sie dann genau das ausgelassen hat? Gut kombiniert. Also so blöd ist die Leda nicht, ja. Außerdem hat ihr Schamane doch schon längst ausgepackt, dass die Storys von ihr aus dem Dschungel auch alle gelogen waren. Und das stimmt. Und der Schamane hat auch, ja, der Kumpel von ihr oder der ehemalige Freund, beste Freund von Kim Virginia hat sich auch mittlerweile von ihr losgeeistet und gesagt, nee, mit der nicht mehr. Und das ist eine gute Entscheidung, das zu tun. Und der hat auch gesagt, das ist alles Lüge und gestunken und erlogen, was die Kim Virginia da erzählt. Und das sagt dann irgendwie auch schon einiges aus, finde ich. Klar könnte es jetzt auch so ein bisschen bösartig sein, dass er jetzt hier nochmal nachtritt. Aber das glaube ich gar nicht. Also ich finde, das hat schon auch, finde ich, Hand und Fuß, meine ich. Wenn jetzt einer der besten Freund daraus sagt, das ist alles Quatsch, was die erzählt. Frage ist halt nur, warum hat man das so lange mit ihr mitgemacht? Vielleicht, weil man da im Dschungelcamp da auch mitgefahren ist und, keine Ahnung, irgendwie mit ihr dann doch irgendwie ziemlich klos war und dann einfach ein paar Dinge übersehen hat. Oder, keine Ahnung, weil die Freundschaft ging ja danach nicht mehr so lange. Vielleicht hat er dann auch gemerkt, dass die nicht ganz koscher ist. Aber ich finde, das hätte man vielleicht schon schneller auch sich von losreißen können. Aber wir sind alle nicht unfehlbar, ja. Jeder hat irgendwie bestimmt schon mal Freunde oder Bekannte im Freundeskreis gehabt, die dann irgendwie ein bisschen länger dabei waren. Die einen vielleicht nicht hundertprozentig gut getan haben. Habe ich auch schon gehabt in meiner Vergangenheit. Aber man muss dann rigoros sein, das lernt man im Alter, dass man die Leute, die einen nicht gut tun, aussortiert und sich nur noch mit denen umgibt, die einen gut tun. Das kann ich euch nur als Ratschlag hier mitgeben, um noch ein bisschen Tiefe in diesen ganzen Gossip und Tratsch mit reinzubringen. Also mir hat das enorm geholfen. Ich hatte das, ich bin jetzt 38, mit 26, 27 gemerkt, dass ich den Kreis sehr klein halte. Wirklich gute Freunde, die ich über mittlerweile Jahrzehnte, seit meiner Kindheit habe, drin habe. Und dann können auch immer mal welche weniger Kontakt zu denen sein. Und dann können die sich auch mal austauschen vielleicht. Aber eigentlich so ein grober Freundeskreis von so 10, 15 Leuten, die zwischen engen Freunden, die wie Familie für mich sind, bis hin zu Bekanntschaften erreichen, die man dann halt nur ein, zwei Mal im Jahr sieht. Und auch gute Freunde, die ich teilweise nur ein, zwei Mal im Jahr sehe, hat man trotzdem einen engen Kontakt immer. Und jedes Mal, wenn man sich neu trifft, ist es so, als hätte man sich erst gestern das letzte Mal gesehen. Und da habe ich einige Freunde von und da bin ich sehr dankbar drüber. Und das ist deshalb so, weil ich Leute, die mir nicht so gut getan haben, dann halt, oder gut getan haben, aussortiert habe. Und das kann ich euch nur als Ratschlag geben, dass, wenn Leute euch nur ausnutzen oder immer irgendwas von euch haben wollen und an euch ziehen, beziehungsweise auch vielleicht neidisch sind, vielleicht auch grenzwertige Dinge betreiben und tun, die ganz klar auszuselektieren und aus eurem Leben zu verbannen. Seid da rigoros. Es sagt, ein Fehler, es kommt auch mal auf die Freundschaft an, wenn man so um die 20 Jahre eine super Freundschaft hat und dann passieren mal ein, zwei Fehler, okay. Aber es kommt auch mal auf den Fehler an. Wenn jetzt zum Beispiel euer bester Freund mit eurer Frau ins Bett geht, dann ist der gestorben. Oder wenn der euch Geld klaut, weil die beste Freundin, keine Ahnung, nicht für euch da ist, wenn es euch mal schlecht geht und ihr wart jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre für die auch da, dann ist das irgendwie schon, also wenn dann plötzlich nur ihre Probleme zählen, ja, das ist ganz typisch, oder sie immer nur von sich erzählt und wenn ihr dann mal was erzählt, ja, die Person nicht zuhört, dann weg damit. Ja, das habe ich mit 27 erkannt, dass das so der beste Schritt ist, habe dann langsam Schritt für Schritt aussortiert und hatte Gott sei Dank dann auch ein recht gutes Händchen, wo ich jetzt wirklich darauf zurückblicken kann, dass ich wirklich auch richtig reagiert habe. und viele Freundschaften, die ich jetzt über Jahrzehnte schon habe, ob es jetzt von der Grundschule, Kindheit bis hin zur Uni, habe ich wirklich Freundschaften jetzt mitgenommen, die ich jetzt 10, 20, 30 Jahre und länger habe, seit der Geburt schon kenne. Und das ist ein großes Privileg und das wünsche ich euch auch, dass ihr so einen Freundeskreis aufbaut, weil das ist wichtig und wenn man den halt nicht hat, wie eine Kim Virginia zum Beispiel, und den Bogen mal wieder zum Thema zu bekommen, dann spricht das irgendwie auch eine klare Sprache. Und wenn man die Leute, die es eigentlich gut mit einem meinten, ob es jetzt Mike war oder jetzt der Schamane, ob es freundschaftlich war oder halt auch beziehungstechnisch, mit den Füßen tritt und demütigt und schlecht mit denen umgeht, dann hat man es, finde ich, auch nicht anders verdient, als so kritisiert zu werden und vielleicht auch mal einen Shitstorm abzubekommen. Das ist nur meine Meinung. Ihr könnt eure unten reinschreiben, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Bis dann und ciao, ciao.